Shepard. Ist irgendwas nicht in Ordnung? Ja, und jetzt, wo Sie hier sind, ist es noch schwieriger, darüber zu reden. Fühlen Sie sich krank? Ich kann den Arzt holen. Nein, nein. Obwohl es vermutlich auch damit zusammenhängt. Meine Sterblichkeit lässt mich über vieles intensiv nachdenken. Ich hatte mal eine Familie. Ich habe immer noch einen Sohn. Sein Name ist Colliard. Ich habe ihn sehr lange nicht gesehen. Wann hatten Sie zum letzten Mal Kontakt? Vor zehn Jahren. Er hat mir gezeigt, was er in der Schule so macht und gefragt, ob wir wie die Bekloppten miteinander tanzen. Das haben wir oft gemacht, als er noch jünger war. Was ist das für ein Tanz? Es ist... Ich überprüfe meine Extranet-Kontakte. Ich erwarte ein Update über mein nächstes Ziel. Die Konsole spielt Musik. Alt. Außer Mode. Colliard kommt ins Zimmer gesprungen. Dein Vater. Er läuft im Kreis. Ich hebe ihn hoch. Werfe ihn in die Luft. Er kreischt und lacht. Dreh mich. Die Konsole piept. Ich setze ihn ab. Klicke auf die Nachricht. Vater. Bettelt er. Zieht an meinem Ärmel. Ich muss das lesen. Sag ich. Ich sehe ihn nicht an. Was wir jetzt gerade erlebt haben, war etwas, das... Ich weiß nicht, ob es für die Drell typisch ist oder ob das nur eine Sache von Thane ist, aber ich glaube, es ist generell für die Drell typisch. Er kann sehr bildlich Erinnerungen wieder wachrufen und hat das hier gerade getan. Also wenn wir mit ihm reden, wird es noch öfter vorkommen, dass er genau das tut, was hier gerade passiert ist. Ist Ihnen etwas zugestoßen? Ich habe sie im Stich gelassen. Nicht einfach so. Ganz undramatisch. Ich habe mich nicht mitten in der Nacht fortgeschlichen. Es gab auch keinen abschließenden Streit oder knallende Türen. Ich habe nur meinen Job gemacht. Ich habe überall in der Galaxie gejagt und getötet. Auf Geschäftsreise hat meine Frau den Leuten erzählt. Ich war immer auf Geschäftsreise. Oh je. Sie haben das noch nie zuvor erwähnt. Warum jetzt? Als meine Frau ihren Körper verließ, habe ich mich um die Sache gekümmert. Ich habe Koljart in der Obhut seiner Onkel und Tanten zurückgelassen. Ich habe ihn seither weder gesehen noch mit ihm gesprochen. Diese Entscheidung hätte ich nicht erwartet. Warum haben Sie ihn nicht selbst großgezogen? Mein Körper ist mit Fähigkeiten gesegnet, die Leben nehmen. Die Anna haben diese Fähigkeiten optimiert. Davon abgesehen kann ich nicht viel. Ich wollte für Koljart ein anderes Leben und hatte gehofft, er würde seinen eigenen Weg finden. Wenn er mich dafür hasste, in Ordnung. Solange er nur nicht auf dem Pfad der Sünde geriet. Ich habe meine Kontakte benutzt, um Koljart aufzuspüren. Er wurde losgelöst. Er tut, was sein Körper will. Das werden Sie mir erklären lassen. Losgelöst. Der Körper ist nicht unser wahres Ich. Das ist die Seele. Körper und Seele bilden in einer vollständigen Person eine Einheit. Wenn die Seele durch Verzweiflung oder Angst geschwächt ist, oder wenn der Körper krank oder verletzt ist, dann ist das Individuum losgelöst. Nicht mehr vollständig. Was stimmt nicht mit ihm? Ist er verletzt? Es ist etwas geschehen, das nicht hätte passieren dürfen. Er weiß, wo ich gewesen bin, was ich getan habe. Ich kenne seine Gründe nicht, aber er ist zur Citadel gereist. Er hat einen Job als Auftragsmörder angenommen. Ich möchte ihn mit Ihrer Hilfe aufhalten. Er ist... Das ist kein Weg, den er beschreiten sollte. Man heuert für einen Auftragsmord keinen blutigen Anfänger an. Ich fürchte, jemand ist wegen des Namens aufmerksam geworden. Und denkt nun, wir hätten auch die gleichen Fähigkeiten. Ich weiß nicht, warum er den Auftrag annehmen sollte. Vielleicht um Ihnen näher zu sein. Dieser Gedanke macht mir mehr zu schaffen als alle anderen. Vielleicht hat er auf Sie verwiesen, um den Job zu kriegen. Möglich wäre es, aber ich glaube es nicht. Etwas stimmt daran nicht. Mein Name... Er sollte ihn nicht respektieren. Fane, ich habe weder Ihre Kontakte noch Ihre Fähigkeiten beim Verfolgen von Spuren. Wozu brauchen Sie meine Hilfe? Ich brauche Ihre Hilfe nicht. Ich hätte sie nur gern. Als ich meinen Sohn das letzte Mal gesehen habe... Sie haben Ihre Leiche in Meeresrangung eingewickelt. Und mit Steinen beschwert. Er will sich von mir losreißen. Er läuft nach ihr. Die Anna lassen sie von der Plattform schweben. Sie singen wie ein Glockenspiel. Das Feuer ist erloschen, um neu entfacht zu werden. Er fleht sie an, sie nicht mitzunehmen. Sie lassen ihre Leiche ins Wasser gleiten. Er schlägt mich. Lass das nicht zu. Halte sie auf. Warum warst du nicht? Es regnet. Auf Kajai regnet es immer. Warmes Wasser läuft sein Gesicht hinab. Verdammt traurig. Die Beerdigung seiner Mutter. Beziehungsweise natürlich von Thanes Frau. Und ich finde es trotzdem immer wieder interessant, auch die anderen Kulturen, die hier gezeichnet werden. Also wir hatten gerade vorher noch die Quarianer gehabt, die halt ihre ganz eigene Art von Entwicklung durchgemacht haben, um da anzukommen, wo sie jetzt sind. Und dann jetzt wieder diese völlig von Spiritualität durchzogene Welt, der Hana und der Drell auch. Und das Ganze gepaart noch mit der Melancholie, die Thanes Leben begleitet. Weil er halt einerseits für den Kampf für das Morden geschaffen und optimiert war. Und andererseits aber sich wahrscheinlicherweise immer gewünscht hat, auch anders zu sein. Dass er auch was anderes gut könnte. Aber letztendlich war das sein Job, ne? Ich wollte nicht, dass Sie das nochmal durchleben. Ein perfektes Gedächtnis ist manchmal eine gewaltige Bürde. Das glaube ich gern. Warum ist er zu Citadel gegangen? Vor Jahren habe ich mal ein Paket für ihn gemacht. Als Erinnerung an mein verfutschtes Leben. Ich habe seiner Wohlusbank zur Aufbewahrung gegeben. Es sollte nach meinem Tod zugestellt werden. Er hatte schon bekommen, ich weiß nicht genau wie. Zu der Zeit, als seine Mutter starb, hatte ich auf der Citadel einen Job zu erledigen. Vielleicht ist er deshalb dorthin. Ich bringe uns so bald wie möglich zur Citadel. Danke, Shepard. Ich werde meditieren, bis sie mich brauchen. Gut, ich bin jetzt übrigens zu Thane gegangen, einfach mal auf Verdacht. Weil Kelly hat uns ja nicht gesagt, dass wir hier zu ihm hin sollen. Aber ich dachte mir schon, wenn Samara jetzt den Auftrag hat, dann wird Thane wohl auch den Auftrag schon für uns haben. Denn die sind ja zeitgleich rekrutiert worden sozusagen. Und ich mache jetzt noch eine kurze Pause und dann würde ich sagen, widmen wir uns mal der Adad-Yakshi Morinth, die Samara verfolgt. Und dazu müssen wir wieder nach Omega. Also, bis gleich in Omega. Die tägliche Menge an Toten auf Omega ist zu hoch, um daraus den Aufenthaltsort einer Adad-Yakshi zu ermitteln. In Anbetracht des Rufes der Adad-Yakshi bei den Asari ist es jedoch möglich, dass Aria T. Loke sie überwachen lässt. Tja, doof. So sieht das aus auf Omega. Und damit sind wir jetzt auch angekommen. Also, machen wir uns mal auf die Suche und begeben uns zu Aria. Vielleicht wird sie uns mal wieder mit Informationen bedienen können. Wer weiß, wer weiß. Captain Gworn, Chef der Vodger-Einsatztruppe. Haben Sie etwas zu berichten? Ach, bei dem gibt es auch nichts Neues. Ich gehe dann mal. Gute Arbeit. Weiter so. Na klar doch. So, ansonsten gibt es ja eigentlich nicht mehr viel, was wir auf Omega machen können, würde ich denken. Manches davon erinnert mich an das Leben auf der Flottille. Eng und überfüllt. Ohne echte Privatsphäre. Und die Leute arbeiten nicht auf ein gemeinsames Ziel hin. Hier gibt es kein Gefühl von Familie, sondern nur... Angst. Na gut. Kommen Sie schon, lassen Sie mich leiden. Ich würde ja auch nicht leben wollen, ehrlich gesagt. Also, ich finde den Ort alles andere als gemütlich. Aber was soll's. Begeben wir uns mal zu der, die sich hier wahrscheinlich am allerwohlsten fühlt. Und schauen mal, ob sie so informiert ist, wie sie immer tut. Vielleicht können wir auch mit irgendeinem ihrer Handlanger reden. Mit dem hatten wir ja schon mal, glaube ich, ne? Hier gibt's nichts zu sehen. Ja, aber vielleicht der andere. Ich hab irgendwie in Erinnerung, dass man mit beiden mal was zu tun bekommt. Sie wollen reden? Reden Sie mit Arya. Na gut, von mir aus. Dann reden wir halt mit Arya und schauen mal, ob sie was weiß. Was brauchen Sie? Einer der Söldner, die hinter Arkangel her waren, hatte dieses Datenpad dabei. Sie wären ihr nächstes Ziel gewesen. Zeigen Sie hier. Interessant. Würde mir wohl jemand erklären, wie uns diese Information durchs Netz rutschen konnte? Ich, äh, ich gehe der Sache nach. Sie haben viel für mich getan, Shepard. Ich möchte Ihnen auch einen Gefallen tun. Wir schicken Ihnen die Koordinaten eines Lagers auf einer nicht erfassten Welt. Wenn Sie wollen, gehört es Ihnen. Ich will von Ihnen nicht bezahlt werden. Na sowas. Ganz schön stolz. Was immer Sie finden, Sie können damit machen, was Sie wollen. Na gut, von mir aus, wenn Sie meint. Aber wir suchen eigentlich nach Morin. Eine flüchtige Asari hält sich hier versteckt. Sie ist eine Adat Yakshi. Wir müssen sie finden. Ich wusste es. Nichts hinterlässt eine Leiche, die so leer ist. Nur eine Adat Yakshi. Sie haben nichts unternommen, um sie zu töten? Warum sollte ich? Mich wollte sie ja noch nicht verführen. Ihr letztes Opfer war ein junges Mädchen. Hübsches Ding. Lebte in den Wohnhäusern hier in der Nähe. Dort würde ich mit der Suche beginnen. Dann wissen Sie sicher über alles... Oh, das wollte ich gar nicht. Alles, was man... Entschuldigung. Aber verschwenden Sie nicht alle Zeit. Ich dachte, das wären jetzt Untersuchungen zur Dingens... Zu der... Äh... Zur Dingens hier... Äh... Zur Tochter... Mensch... Von Samara. Adat Yakshi heißen sie. Eine Flüchtlinge... Schauen wir mal kurz rein. Ihr letztes Opfer war ein junges Mädchen. Ne, kommt auch nichts anderes mehr. Das Ding. Lebte in den Wohnhäusern hier in der Nähe. Dort würde ich mit der Suche beginnen. Okay. Danke für die Hilfe. Dann machen wir das. Viel Glück bei der Suche. Und noch mehr Glück beim Einfangen. Oh, toll. Gut, machen wir uns mal auf den Weg zum Apartment gehen. Zurück gehen. Ja, ja. Später. Okay, da unten müsste jetzt auch wieder zu sein, ne? Im Rekrutierungsraum. Ja. Okay. Dann haben wir noch zwei Vorbildpunkte abgeräumt. Wusste ich gar nicht, dass wir ein Datenpad hatten, das für Aria interessant ist. Ist ja auch schon wieder so lange her, dass es gar nicht mehr wahr ist. Ich weiß, welches Datenpad das war, aber ich wusste nicht, dass Aria sich dafür interessieren könnte. So. Eigentlich gehe ich gerade falsch, um zu der Stelle zu kommen, wo wir hin müssen. Aber ich will nochmal kurz einen Blick durch die Gegend werfen. Mit dem Barmann gibt es eigentlich nichts, was wir mehr besprechen müssen. Die Tänzerin ist auch uninteressant. Den Patriarchen können wir eigentlich auch lassen unten, aber wir gehen trotzdem mal hier lang. Da können wir nämlich gleich nochmal mit die ganzen... Ach, hier unten ist ja gar nichts. Da können wir nämlich gleich nochmal mit die ganzen Stände abklappern, die ganzen Shops, um zu schauen, ob wir nicht noch irgendwo unser Geld verprassen können, wenn wir nicht. So, schnell aus der Wurtscharkgrube raus. Schauen wir erstmal... Na, pack dich doch nicht so fest. Schauen wir erstmal hier. Ken ist ja mittlerweile weg, aber zumindest die Munition können wir ja hier noch mitnehmen. Das ist wertvoll. Auf den Schrotflinten schaden scheiße ich gerade mal. Wo kommen wir eigentlich hier hin? Auf jeden Fall irgendwie nach oben. Da muss man jetzt kein Experte für sein, um das zu erkennen. Ach, okay, dann kommen wir einfach vor dem Afterlife raus. Was ist das? Shepard? Oh. Shepard ist doch angeblich tot. Ish? Irgendwie kommt mir Ish bekannt vor der Name, aber ich weiß nicht woher. Grüße. Ich hatte gehofft, Sie würden vorbeikommen. Ich bin Ish und das ist Cell. Sie sehen aus, als wäre es gut, Sie zu kennen. Okay, dann war das vielleicht bloß vom irgendwann vor früheren Zeiten formaligen Durchspielen, was ich dem Namen noch kannte. Freundliche Gesichter sieht man hier nur selten. Vernünftige Leute sind an einem Ort wie diesem wichtiger als die Luft zum Atmen. Wie ich sehe, wollen Sie mir schmeicheln? Lassen Sie es. Natürlich. Verzeihung. Sie haben mich nur nervös gemacht, sonst nichts. Brauchen Sie was? Nun, wenn Sie so freundlich wären, könnten Sie über einen Vorschlag nachdenken, den ich Ihnen unterbreiten möchte. Ich brauche fähige, vertrauenswürdige Leute, die für mich ein kleines Geschäft erledigen. Natürlich nichts Illegales und gut bezahlt. Was für Geschäfte machen Sie denn? Wichtige Geschäfte. So wichtig, dass wir mit Ihrer Hilfe ganz Omega verändern könnten. Was bedeutet ganz Omega verändern? Nun, ich wollte ja nichts sagen, aber manche Leute hier machen Geschäfte mit anderen Leuten in der ganzen Galaxie. Wenn ich Informationen über diese Geschäfte hätte, könnten wir einigen Staub aufwirbeln. Mehr sage ich nicht. Ich höre zu. Ich bin im Informationsgeschäft. Spezialgebiet an und Verkauf von geheimem Material. Es ist nicht illegal. Ich brauche nur jemanden, der Päckchen an bestimmten Orten abholt und hierher zu mir bringt. Wo ist der Haken? Kein Haken. Ich bin nur ein Geschäftsmann. Was meinen Sie damit? Das mache ich. Meine Kontakte benutzen spezielle Zielpunkte. Sie müssen außerhalb von Marrocks Geschäft auf der Citadel nachsehen und im Inneren der Eternity Bar auf Ilium. Suchen Sie nach allem, was ein Datenpaket enthalten könnte und bringen Sie es dann zu mir. Viel Glück, Freunde. Da schauen wir mal, was das für seltsame Pakete sind. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das wirklich mit rechten Dingen dazu geht. Aber zumindest anschauen können wir uns das Ganze, ja. Wir müssen sowieso noch mal an beide Orte zurückkehren. Später mal. Ich kann später immer noch bereuen. So, wir schauen mal kurz bei Harrod vorbei. Vorsichtig, aufgeregt. Willkommen, Mensch. Was kann ich für Sie tun? Ich wollte nur mal schauen, ob er noch was zu kennen, zu schwingen zu sagen hat. Ich habe einiges zu erledigen. Höflich. Einen schönen Tag noch. Schauen Sie bei meinem Kiosk vorbei, wenn Sie etwas kaufen möchten. Okay, hier gibt es aber eigentlich nichts richtig Wichtiges, muss ich sagen. Nee. Nö. Brauche ich alles nicht unbedingt. Okay, haben wir noch, die drüben ist noch Omega Mark. Schauen wir hier mal noch rein. Handschuhe mit Waffenschaden plus 5. Nahkampfschaden plus 25. Ja, weil wir so viel mit Nahkampf angreifen hier in dem Teil. Mache ich dann im dritten Teil übrigens gehäuft. Werden wir dann da sehen. Stimulationsleitung, Sturmlaufgeschwindigkeit 10%. Nö. Nee. Nö. Alles nicht so. Ich habe kein allzu interessantes Angebot. Die Leute kommen an solche Orte, weil sie ein besseres Leben suchen. Und nach ihrer Ankunft finden sie, dass hier Leute voller Leben, die auf einer Welt voller Verbrecher in die Armut gezwungen werden. Sie verdienen Schutz. Sollte ich in der Mission überleben, komme ich vielleicht hierher zurück. Das wäre ein Herres Ziel und ich würde das unterstützen. Ich glaube, dann wird es so ähnlich wie... Was ist denn los? Warum gehst du nach links? Irgendwie hat sich die Taste gerade festgehangen. Ich glaube, dann wird es so ähnlich wie Gareth zu einem neuen Archangel werden. So, wir müssen aber in diese Tür hier. Da drüben war ja die Quarantäne-Zone. Die Quarantäne-Zone, da ist jetzt zu. Aber dafür ist jetzt hier offen. Denn das hier ist der... Ja, der Mordschauplatz. Sind Sie wegen meiner Tochter hier? Meine Nef ist vor einer Woche gestorben und niemanden scheint es zu interessieren. Die Mediziner reden von einer Gehirnblutung, aber das ist nicht wahr. Es war Mord. Jemand hat meine Nef ermordet. Meinen Schatz. Ich glaube auch, dass sie ermordet wurde und ich suche ihren Mörder. Danke. Es ist so schwer, wenn einem niemand glaubt. Ich bin jetzt ganz allein. Gehören Sie zu Arias Leuten? Ich bin hier, um zu helfen. Ist es wichtig, wer mich geschickt hat? Niemanden auf dieser Höllenstation kümmert es, dass meine Nef tot ist. Wenn Sie etwas unternehmen können, werde ich behilflich sein, so gut ich kann. Hatte Ihre Tochter viele Freunde? Nein, viele nicht. Sie war verschlossen. Die meiste Zeit hat sie ihre Skulpturen angefertigt und war nicht mit Freunden unterwegs. Aber etwas hat sich in den letzten Wochen verändert. Sie hat angefangen, von einer Asari zu erzählen. Morinth. Verstehe. Ich mochte sie nicht. Sie hat Nef in Clubs mitgenommen. Und ich bin sicher, dass meine Tochter von ihr Drogen bekommen hat. Was für eine Person war diese Morinth? Ich habe sie nie getroffen. Aber Nef hat von ihr geschwärmt, als wäre sie eine Königin. Wenn sie von Morinth sprach, hätte man glauben können, dass es sonst niemanden auf der Welt gab. Das kommt mir bekannt vor. Samara kontrolliert Morinth ihre Opfer durch Drogen? Sie kontrolliert sie durch bloßen Willen. Die Drogen sind nur Lifestyle. Sie liebt den Club, den pulsierenden Bass. Sie ist eine Hedonistin. Diese Morinth hat meiner Tochter also geschadet? War sie es, die... die... Wer das getan hat, wird seiner gerechten Strafe nicht entgehen. Ich glaube übrigens, wenn ich mich recht entsinne, an die Philosophie des Hedonismus, dass es zwei verschiedene Arten von Hedonismus gibt. Einmal diese etwas zerstörerische, die Morinth pflegt. Und dann eine, die etwas lebensbejahender ist, sage ich mal. Also wo dann wirklich... Also was eigentlich der ursprüngliche Hedonismus ist, wie er damals war, dass halt wirklich das Leben genossen wird, so wie es ist. Also ich glaube, das, was heutzutage als Hedonist verstanden wird, war gar nicht, dass das ursprünglich mal das Ansinnen des Hedonismus war. Bin ich mir aber nicht sicher. Das ist nicht so mein Ultra-Fachgebiet. Also es gibt andere Philosophierichtungen, die mich weitaus mehr interessieren, wie die Stoa zum Beispiel, was so das Griechische angeht. Oh, das hatten wir ja schon, oder? Sie war immer so ruhig, wenn sie hier zu Hause arbeitete. Und dann, vor ein paar Wochen, begann sie plötzlich ständig auszugehen in den VIP-Bereich von diesem Club am Ende der Straße. Ich glaube, man braucht ein Passwort oder so, um reinzukommen. Die Veränderung kam so plötzlich. Sie war einfach nur müde und unkonzentriert, wenn Morrence nicht in der Nähe war. Was für ein Mädchen war Ihre Tochter? Meine Neff hatte in sich so ein Feuer. Sie war schüchtern, aber sehr kreativ. Irgendwie getrieben und das beste Mädchen, das eine Mutter sich wünschen kann. Sie war kreativ? Wie? Sie war Bildhauerin. Mehrere Galerien waren an ihr interessiert. Sie sagten, ihre Werke seien so unverbraucht. Darf ich Neffs Zimmer durchsuchen? Ich will nichts durcheinander bringen. Ihre Kleidung, ihre Kunst, ihre Skulpturen. Alles ist genauso, wie sie es zurückgelassen hat. Und so wird es immer bleiben. Mein Schatz ist fort. Sie ist fort. Danke. Es tut mir leid. Ich vermisse sie so sehr. Schon in Ordnung. Wir alle mussten Verluste durchleiden. Ich weiß, was es bedeutet, eine Tochter zu verlieren. Ich werde sie rächen. Danke. Und wenn es ihnen hilft, den Mörder zu finden, dann durchsuchen sie ruhig ihre Sachen. Wir werden uns respektvoll verhalten. Ich werde ihre Sachen durchsuchen. Gut, dann machen wir uns mal ran, denn wir brauchen unbedingt das Passwort für den VIP-Bereich. Übrigens, das ist der neue Anzug von Tali. Er hatte halt noch solche Goldstreifen mit dran. Ansonsten ist er eigentlich dem alten ziemlich ähnlich. Und die Kamera ist ziemlich klein, muss ich sagen. Aber gut, das heißt, es gibt nur eine eingeschränkte Möglichkeit, Sachen zu verstecken. Neff, ich schicke dir dieses Hologramm von dem Elcor-Künstler Forter. Seine Arbeit ist erhaben. Aber sieh sie dir nicht zu lange an, sonst wirst du wahnsinnig. Ich will nicht, dass dir irgendwas Böses widerfährt, meine Liebe. Kannst kaum erwarten, deine Meinung über Forter zu hören. Neff hat das gemacht. Ein Mann von einer Galerie hat mir vier Jahresgehälter dafür geboten, aber ich würde mich nie davon trennen. Gut, schauen wir mal. Ältesten Eintrag anzeigen. Hey, Tagebuch. Zyklus 34, Orbit 671. Es gibt viel zu bequatschen. Ich habe ihr Roots Namen gesagt und sie haben mich in den VIP-Bereich des Afterlife reingelassen. Alle haben mich angestarrt, ganz sicher. Plötzlich fängt neben mir eine total schöne Asari an zu tanzen. Sie bewegte sich wie Wasser. Immer in Bewegung. Ständige Veränderung. Aber doch klare Formen und fester Körper. Ich bin in Trance. Dann habe ich mit ihr getanzt. Später haben wir was gegessen. Und ich werde sie morgen wiedersehen. Mittleren Eintrag anzeigen. Zyklus 36, Orbit 671. Bin ich ein Freak? Morrence ist ein Mädchen wie ich. Und sie ist ganz klar kein Mensch. Aber wenn wir tanzen und das Herrlex durch meinen Körper fließt, wie sie mich dann ansieht, mit dieser Gier, dieser Sehnsucht, so hat mich noch nie jemand angesehen. Heute Abend haben wir uns geküsst. Letzten Eintrag anzeigen. Zyklus 42, Orbit 67. Heute Abend nimmt sie mich in ihr Apartment mit. Was auch geschieht, ich will für immer bei ihr bleiben. Sie kann meine Werke verkaufen. Wir könnten an einem noblen Ort leben. Wie die Frauen in Vahenia. Dem Video, das Morrence so gefällt. Wie konnte ich so viel Glück haben? Ich bin doch nur ein dummes Mädchen von Omega. Tja, und das war ihr Ende. Polo-Tagebuch schließen. Das ist das Werk von Morrence. Künstler und kreative Leute ziehen sie an. Wesen mit diesen bestimmten Funken in sich, zudem meist leicht isoliert. Sie beeindruckt sie durch Intelligenz und Sexappeal. Die Jagd ist für sie ebenso interessant wie das Schlagen der Beute. Jeder, der 400 Jahre lang intelligente Lebewesen gejagt hat, ist mit Vorsicht zu genießen. Morrence kommuniziert auf vielen Ebenen. Ihr Körper teilt dem Ihren mit, dass unvorstellbare Ekstase auf ihn wartet. Ihr Duft weckt lange versteckte Gefühle. Ihre Augen versprechen Dinge, die sie noch nie von jemandem zu erbitten wagten. Ihre Stimme flüstert noch, wenn sie schon längst nichts mehr sagt. Das klingt eher nach einer hochentwickelten Killerin als nach einem Wesen mit Gendefekt. Den Zustand gibt es schon, seit mein Volk sich nachts am Feuer versammelte. Vielleicht ist es eher eine Art Symbiose als ein Defekt. Ihren Unterschlupf zu stürmen wäre keine gute Idee. Sie hat bestimmt 100 Fluchtpläne. Sie wird landen und dann für 50 oder mehr Jahre verschwinden. So nah war ich noch nie an ihr dran. Dann müssen wir sie also rauslocken. Genau. Shepard, Sie lesen meine Gedanken. Der VIP-Bereich des Afterlife scheint Ihr bevorzugtes Jagdgebiet zu sein. Sie müssen dort alleine und unbewaffnet hingehen. Sie wird auf mich zukommen. Sie können Morinz rauslocken. Wenn Sie mich seht, wird Sie mit Sicherheit fliehen. Aber Ihnen kann sie nicht widerstehen. Sie sind auf dem Schlachtfeld ein Künstler. Sie strahlen diese Lebenskraft aus, die Sie anzieht. Ihre Kraft wird Sie anlocken. Ich gehe da ohne Waffe und Verstärkung rein? Ich werde das Ganze aus dem Schatten heraus beobachten, Shepard. Sie werden niemals alleine sein. Das schwöre ich. Aber Sie dürfen nicht mit Waffen und Soldaten reinplatzen. Morinz ist viel zu gerissen. Sie würde einfach verschwinden. Die Aktion muss subtil und raffiniert sein. Vertrauen Sie mir. Wir verlieren Zeit. Nichts weh hin. Ich stimme zu. Wir können weiterreden, wenn wir dort sind. Wir können weiterreden, wenn wir dort sind.